Was geht ab meine Freunde? Herzlich willkommen zu einem neuen Krypto-Update-Video und ich muss mal, ja, fair und ehrlicherweise sagen, ich lag gestern komplett einfach falsch. Wir haben leider keine Korrektur mehr gesehen, war darum auch wiederum den Long-Einstieg verpasst und wir sind in der Spitze auf 38.000 US-Dollar, ja, gestiegen. Tut mir leid dafür, für alle, die gestern auf diese Analyse gehofft haben, ist es leider nicht so gekommen. Ich habe darunter auch gelitten, aber so ehrlich und fair muss man da natürlich auch sein, dass man auch zu seinen Fehlern steht. Ansonsten, ja, wie gesagt, Bitcoin Richtung 38.000 US-Dollar, es wird jetzt richtig, richtig spannend. Wir hatten gestern einigermaßen positive Zahlen, was die Erzeugerpreise anbelangt. Wir hatten eine ETF-Verschiebung, das heißt der BlackRock ETF und ich glaube noch irgendein ETF wurde verschoben. Keine Ahnung, was daran bullisch ist, warum der Kurs so extrem nach oben hingepumpt ist, werden wir uns das auf jeden Fall nochmal ein bisschen genauer anschauen. Bevor wir jedoch starten, lasst dem Video trotzdem gerne schon mal ein Like da, abonniert den Kanal, wenn ihr es noch nicht gemacht habt und natürlich trotzdem gerne in die kostenlose Telegram-Talk- und Signalgruppe rein. Wenn ihr Bock habt auf Updates, News und Signale, kommt da gerne rein. Den Link dazu findet ihr unten in der Videobeschreibung. Ansonsten, ja, Kasper-Video dürfte schon bekannt sein. Schaut euch das gerne an und weiterhin. Denn wenn ihr Bock habt zu traden, wenn ihr Bock habt Stocks und Forex zu traden, meldet ihr euch gerne bei meiner Partnerin Bings an. Dort kriegt ihr auch immer mal wieder ein paar Gewinnspiele, könnt euch Free-Trades abholen etc. pp. Damit unterstützt ihr auch weiterhin den Kanal. So, jetzt aber genug gelabert, gehen wir rein in die Analyse. Wie gesagt, Bitcoin bei 37.450 US-Dollar derzeit. Wir hatten heute Nacht dann nochmal diesen Peak hier um 0 Uhr auf knapp 38.000 US-Dollar. Das heißt, wir haben die Liquidität hier an diesem Hoch abgefischt. Teilweise bei manchen Börsen ein bisschen da drunter, bei manchen Börsen wiederum ein bisschen da drüber. Also, es ist ein ganz, ganz spannendes Spiel, weil das natürlich auch sehr entscheidend werden könnte, dass wir von hier aus dann zu einem kleinen Doppeltop übergehen und dann unsere Korrektur reinkriegen. Also, das müssen wir jetzt mal ganz genau im Blick behalten. Wir hatten diese impulsive Bewegung und wer sich gestern an das Video, und das war das einzige Richtige, was ich gestern gesagt habe, daran erinnern kann, ich habe gesagt, wir haben hier diese Hidden Bullish Divergence, die war auch alles Bombe. Das wäre auch der Grund gewesen, warum wir dann hier an diesen Bereich long gegangen wären. Aber mich hat dieser Wig einfach gestern komplett gestört am Tag mit dieser Analyse, und darauf habe ich einfach gehofft, dass wir dann diesen Weg hier einfach nochmal runter gehen, zumindest mal an das Tief hier bei den 34.800 US-Dollar, sind wir aber nicht mehr rangekommen. Deswegen Analyse hinfällig, gestern falsch gelegen, Pump verpasst, ordentlicher Pump verpasst. Tut mir leid an dieser Stelle, aber gut, es kommen auf jeden Fall neue Chancen. Wir haben auf jeden Fall ein schönes impulsives Breakout nach oben hin jetzt erstmal wieder gesehen. Wir sind auch wieder, und das ist auch interessant, über unserem Rising Wedge. Das heißt, wir haben unser Rising Wedge erst einmal getestet, sind kurz drunter gefallen, und jetzt gestern mit dieser impulsiven Bewegung nach oben wieder durchgebrochen. Das Einzige, was mich hier, und das seht ihr jetzt auch auf dem Daily-Timeframe, das Volumen gestern war noch katastrophaler als die Tage davor auch, also noch, noch schlechter als die Tage davor, weiß ich nicht. Ich bin momentan, ganz ehrlicherweise, ich bin nicht überzeugt, dass wir sofort hier oben Richtung 49.000 US-Dollar gehen. Ich traue diesen ganzen Markt derzeit nicht, wir haben exorbitant bullische Stimmung. Nur mal kurz das Beispiel, guckt euch einfach mal Nasdaq an, der sein All-Time-High gestern erreicht hat. Der hat sein All-Time-High gestern erreicht, wenn ich das jetzt richtig sehe. Also, Nasdaq, neues All-Time-High, absolut geisteskrank. S&P 500, nicht mehr weit von seinem All-Time-High entfernt. Dow Jones, wenn wir uns den auch mal ganz kurz angucken, fehlt auch nicht mehr wirklich so viel. Korrekturmodus ist momentan nicht angesagt, die Märkte sind voll gepumpt anscheinend mit billigem Geld. Keine Ahnung, wo diese ganze Kohle herkommt derzeit, aber man sollte extrem, extrem vorsichtig sein, wenn es nicht in komische FOMO oder Sonstiges reinverfallen hat. Dazu habe ich ja schon mal ein Video gemacht. Also passt einfach komplett auf euch auf. Rennt nicht oder versucht nicht, diesen Kurs extrem nach oben hin zu pumpen, beziehungsweise hinterher zu rennen. Das ist eigentlich das, was ich sagen will. Und passt einfach auch auf euch auf. Das gleiche Spiel, sorry, wenn ich jetzt mal kurz von der Analyse abschweife, aber wenn ich sowas sehe, ich will euch nochmal daran erinnern. Solana. Solana war für viele hier der Grund abzustoßen, weil FTX oder weil bekannt ist, FTX darf ihre ganzen Scheiß-Solana verkaufen. FTX hat seine ganzen Scheiß-Solana noch nicht verkauft. FTX wird diese irgendwann noch verkaufen. Und Solana pumpt ohne Ende into the moon. Was ich nicht verstehe. Es hat sich nichts geändert zu dieser Situation da drüben. Also passt einfach komplett auf für mich momentan die Märkte. Komplett geisteskrank unterwegs. Ich frage mich erstens, wo das Kapital herkommt. Zweitens, diese ganze bullische Stimmung. Gut, bei Bitcoin verstehe ich es einigermaßen. Das ist aber so der komplette Altcoin-Markt und sowas, muss man extrem aufpassen, meiner Meinung nach. Aber gut, nur mal so kleiner Einwurf von mir. Gerne mal eure Meinung dazu unten in die Kommentare reinschreiben. Ansonsten, wir hatten jetzt unseren impulsiven Move nach oben. Jetzt erst einmal im 4-Stunden-Timeframe. Doppeltop, auch auf Daily natürlich, nicht wirklich geil. Höheres Hoch haben wir nicht geschafft. Deswegen noch keine Bearish Divergence. Da müssen wir auch mal die nächsten Stunden mal ein bisschen näher drauf achten, dass möglicherweise nochmal dieser letzte Move hier nochmal ein bisschen drüber kommt. in Richtung 38.200, 38.500 US-Dollar. Und dann möglicherweise erst einmal der nächste Korrekturschub kommt. Wo könnte dieser hinführen? Auch hier machen wir es uns einfach. Ziehen uns das FIP-Level einfach wieder von unserem Tief zu unserem Top. Und derzeit würde das bedeuten um die 36.100 US-Dollar. Wäre wieder unter unserem Rising Ratch. Deswegen vorsichtig sein. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir nur in Richtung 0,5er gehen. Das wäre nämlich hier die Oberkante unseres Rising Ratch. Wäre nochmal ein Retest. Wäre das 0,5er Fibonacci Retracement Level. Und würde diese massive Bewegung, die wir gestern hatten bei 36.500 US-Dollar, wieder wettmachen. Wir schauen uns nochmal ganz kurz, ob wir hier auch Vector-Candles haben. Haben wir perfekt. Also dieser Anstieg hier wäre wirklich gut, wenn wir hier nochmal runtergehen. Würde auch gleichzeitig sogar das Psy-Low nochmal bedeuten. Also nicht schlecht. Und unsere lila Range auf dem 1-Stunden-Timeframe. Also hier die Überschneidungen sehr, sehr stark. Und dann nochmal in Richtung entweder Daily Open bei knapp 37.900 US-Dollar oder sogar hier in Richtung 38.500 US-Dollar mehr. Bin ich ehrlich, sehe ich derzeit nicht. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir Richtung 40.000 US-Dollar komplett durchballern. Aber hier diesen Bereich 38, 38, 5 mitten im größeren Doppeltop auch auf Daily Sicht und dann drunter schließen kann ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Aber diese Long-Chance hier unten bei den 36.500 US-Dollar für den Tag, das könnte unsere Chance nochmal sein, bevor wir dann nach oben hin möglicherweise nochmal einen Versuch starten. Vom Risk-Care würde ich sagen, Stop-Loss trotzdem unter das Golden Pocket. Das wären hier knapp 2%, das ist heftig. Deswegen vielleicht zwei Einstiege planen. Einmal hier und einmal vielleicht nochmal im Golden Pocket und das Stop-Loss dann einfach da drunter. So, gehen wir rüber zu Ethereum. Wie sieht es dort aus, nachdem unser Trade ausgestoppt wurde? Einen Tag davor um ja ordentlich 70 Dollar. Auch hier komplette Eskalation ist erstmal am Chart. Nur hier der Chart weniger impulsiv wie als bei Bitcoin gestern. Also hier haben wir möglicherweise noch ein bisschen Luft nach oben hin, auch weil wir noch keinen Doppeltop erreicht haben. Und diese Zone hier oben, das war ja auch unser zweiter Take-Profit der alten Position bei den 2130 bis 2140 US-Dollar. Dieses Ziel bleibt, hat aber auch hier gestern leider unsere Position, wie gesagt, nicht abgeholt. Ansonsten, was gibt es hier noch viel zu berichten? FIP-Level mal ganz kurz ziehen. Wir haben das Golden Pocket kurzzeitig durchbrochen. Versuchen es jetzt wieder. Also ich kann mir hier gut vorstellen, sollte Bitcoin nochmal einen Anlauf nach oben hin starten. Sehen wir solche Kurse nochmal? Sollte Ethereum korrigieren, dann machen wir es uns auch einfach. Wir machen das große FIP-Level weg. Ziehen uns das kleine FIP-Level, das heißt von unserem WIG zu unserem derzeitigen Top. Und dann wäre hier nochmal der Einstieg um die 2000 US-Dollar. Halte ich sogar gar nicht für unwahrscheinlich, dass wir auch diesen Preisbereich nochmal in den nächsten Stunden sehen und von hier aus möglicherweise nochmal einen neuen Anstieg reinbekommen. Heißt, Korrektur dann nochmal Richtung Doppeltop oder auch Bitcoin verarscht und sonst geht komplett to the moon. Dann sehe ich auch weiterhin Ethereum hier in Richtung 2400 US-Dollar. Aber warten wir es mal ab. Schauen wir mal, was der Tag so bringt. Und die Newslage ist relativ ruhig heute. Wir machen nochmal ganz kurz die News auf. Was steht heute an? Im Endeffekt nur die Erstanträge und die Folgeanträge auf Arbeitslosenhilfe. Warten wir es einfach ab. Open Interest vielleicht auch mal ganz kurz anzugucken. Können wir vielleicht nochmal ganz kurz aktualisieren, ob sich da noch irgendwas getan hat. Also Open Interest ist nicht wirklich angestiegen. Dafür der Preis impulsiv ist für mich auch ganz ehrlicherweise ein Kontraindikator. Warten wir es ab. Also gut, dann gerne eure Meinung unten in die Kommentare reinschreiben. Like da lassen, Abo da lassen, Telegram-Gruppe joinen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns später zu einem weiteren Altcoin-Update-Video wieder. Ansonsten erfolgreichen Tag. Lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, ciao. Und wie immer. Bis der Gute.